Sid Meier's Civilization VI live im Livestream am 4. Oktober 2016 am Dienstagabend ab 20 Uhr bis 22 Uhr zwei Stunden lang streamen. Piero Parker, Moderator auf cipherum.de und mit Let's Player hier auf meinem YouTube-Kanal und ich, Writing Bull, YouTuber für aktuelle PC-Strategiespiele, gemeinsam Civilization VI. Das zeigen wir schon lang und üppig und schmutzig auf meinem YouTube-Kanal und jetzt auch live. Bei unserem ersten Live-Abend hatten wir am Sonntag über 550 Zuschauer in der Spitze. Wahnsinn, unglaublich gute Stimmung auch im Chat. Viele gute Sprüche, viele Anforderungsrufe, viele Diskussionen über das Gameplay des neuen Civilization VI. Unsere Partie mit den Norwegern setzen wir fort. Wir werden weiterhin als Wikinger auf einer Inselkarte mit unseren Langbooten die Küsten entlang rudern und segeln und versuchen unsere Nachbarn zu Brandschatzen, zu Plündern auszurauben und in ihrer Entwicklung einzubremsen. Mit Berserkern sind wir hoffentlich demnächst auch vorbei, können Stabkirchen bauen, dieses Spezialgebäude und unsere Spezialfähigkeit, den Blitz des Nordens nutzen. Unser Herrscher, Harald Hardrode, harter Herrscher heißt der Name, wird angefeuert und geleitet von Piro Parker und mir alles tun, damit wir uns diese Spielwelt bei Civilization VI unterwerfen können. Zugleich nochmal ein dickes Dankeschön an euch. Der erste Livestream, damit hatten wir das Auslaufen meiner Community-Gutschein-Aktion gefeiert bei Gamesplanet. Weiterhin gilt, wenn ihr das Spiel kaufen wollt, könnt ihr das preiswert machen über meine Shop-Links, findet ihr in der Textbeschreibung dieses Videos. Um 20% reduziert gibt es Civilization VI bei Gamesplanet. Der Community-Gutschein, der setzt noch ein kleines Extra drauf, ein extra Rabatt, der läuft aus am 3. Oktober um 24 Uhr, aber auch danach gibt es das Spiel noch reichlich billig bei Gamesplanet. Und falls ihr es kauft, dort über einen meiner Shop-Links, dann, vielleicht mag das ja für den einen oder anderen von euch eine Bedeutung haben, unterstützt ihr auch meine Projekte. Denn damit finanziert ihr mich mit als YouTuber, der so viele Wochen, so viele Monate reinsteckt, um euch Civilization VI vorab zeigen zu können. Ich hoffe, wir sehen uns live auf Twitch.tv am Dienstagabend, 20 bis 22 Uhr, mit Piro Parker im Livestream und mit Writing Bull. Und mit euch dickes Fragezeichen für das dicke Ausrufezeichen. Danach seid ihr zuständig. Bis dann.